Moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf Monekonal Learning by Watching. Und ja, heute soll es mal wieder um eine Ländervorstellung gehen und wir gucken uns heute das Land Portugal an. Wir werden uns zunächst einmal mit der Politik beschäftigen und danach auch auf die Wirtschaft eingehen. Aber bevor wir auf die einzelnen Themen eingehen, werden wir uns als erstes mal die Hauptfakten zu Portugal angucken. Zunächst einmal auf der Karte kann man es glaube ich ganz gut erkennen, wo Portugal liegt. Portugal liegt im Südwesten Europas und grenzt an Spanien. Zunächst einmal die Sprache ist natürlich portugiesisch, die Hauptstadt ist Lissabon. Die Staatsform ist eine semipräsidentielle Republik. Die Währung ist natürlich der Euro. Die Fläche liegt bei ca. 92.000 Quadratkilometern und Einwohner hat Portugal ca. 10,3 Millionen. Das BIP-Total liegt bei 250 Milliarden US-Dollar und damit sind wir eigentlich auch schon durch mit den Hauptfakten. Wir starten jetzt mal rein in die Politik von Portugal und dazu gucken wir uns als erstes mal das politische System an. Zunächst einmal zum Parlament, da natürlich das auch ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil der Politik ist. Besteht aus einer Kammer, also hat man hier ein Ein-Kammer-Parlament und dieses hat 230 Abgeordnete. Das Staatsüberhaupt ist der Präsident und dieser wird alle fünf Jahre direkt gewählt. Der Präsident ernennt außerdem den Premierminister und dieser verfügt dann eben über einen Ministerrat zur Beratung in der Politik, natürlich beziehungsweise auch in der Ausrichtung der Politik. Das Parlament wird außerdem alle vier Jahre neu gewählt und das Ganze nach einer Verhältniswahl. Eine Verhältniswahl ist einfach nur zu gucken, okay, bei einer Wahl, wie viel Prozent hat jede Partei bekommen und dementsprechend sollen auch die Sitze aufgeteilt werden. Also so ähnlich wie man das auch schon in Deutschland sieht. Jedoch in Deutschland gibt es da noch ein paar andere Bedingungen, die man eben betrachten muss. Hier geht es wirklich nach der Verhältniswahl, alle vier Jahre, also eine vier Jahre Legislaturperiode. Und dann kommen wir auch zu den politischen Parteien, denn ich dachte mir mal, vielleicht ist es ganz interessant zu sehen, okay, welche Parteien gibt es denn in Portugal, die so ein bisschen die politische Parteienlandschaft abbilden und dann auch vielleicht so ein bisschen die Ausrichtung, sagen wir mal, versuchen zu beschreiben. Das ist natürlich jetzt irgendwie schwierig mit Parteien aus Deutschland beispielsweise zu vergleichen, aber so ein bisschen so eine Ausrichtung, glaube ich, ist ganz interessant mal zu sehen. Zunächst einmal hat man die größte Partei, das ist die PS, mit 41,38 Prozent bei der letzten Wahl 2022. Und die ist eher sozialdemokratisch aufgestellt. Dann gibt es die PSD, die ist mit 29,08 Prozent die zweitgrößte Partei und die ist eher christdemokratisch aufgestellt. Und dann gibt es noch die CH, mit 7,18 Prozent, die ist eher nationalkonservativ aufgestellt. Und die IL, mit 4,92 Prozent, ist eher liberal aufgestellt. Also wir haben hier auf jeden Fall eine große Mehrheit der Menschen, die eben sozialdemokratisch wählen oder christdemokratisch wählen. Ansonsten eher die Minderheiten, national konservativ, beziehungsweise nach dem Liberalismus. Dann kommen wir noch zu weiteren Punkten zur Politik in Portugal, die sehr wichtig sind. Und das natürlich einmal die Außenpolitik, beziehungsweise Innenpolitik. Portugal ist Mitglied der Europäischen Union und außerdem ist Portugal Gründungsmitglied der NATO und nimmt an diversen Friedensmissionen teil, ebenfalls auch schon in der Vergangenheit. Beispielsweise auf dem Balkan. Ziel der Außenpolitik von Portugal ist auf jeden Fall eine Verbesserung der Beziehungen zu Lateinamerika. Das liegt eigentlich vor allen Dingen an dem Kolonialismus. Da Portugal ja früher eine Kolonialmacht war und dort eben dann schlechte Beziehungen mittlerweile zu lateinamerikanischen Ländern einfach sich dadurch ergeben haben, versucht man da einfach diese Verbesserung der Beziehungen in der Außenpolitik zu machen und dementsprechend dort auch zu unterstützen, natürlich um die Folgen so ein bisschen des Kolonialismus zu begrenzen. Dann zum Militär. Insgesamt 1,41 Prozent des BIPs flossen in letzter Zeit in das Militär. Das ist also unter den Vorgaben eigentlich der NATO, die bei circa 2 Prozent liegen. Es gibt seit 2003 keine Wehrpflicht mehr und der Oberbefehlshaber ist der Präsident. So wie aktive Soldaten gibt es aktuell in Portugal 30.000 und Reservisten circa 210.000. Das ist alles Stand 2020. Dann kommen wir natürlich noch zur Wirtschaft von Portugal. Also was macht die Wirtschaft aus? Dazu ist immer ganz interessant sich anzugucken, wie sieht die Wirtschaftsstruktur aus? Und dafür sind auch immer ganz gute Indikatoren der primäre Sektor, der sekundäre Sektor und der terziere Sektor. Der primäre Sektor beschreibt alles, was zu Landwirtschaft zählt. Der sekundäre Sektor ist auch der Industriesektor. Und der terziere Sektor ist der Dienstleistungssektor. Hier haben wir 2,19 Prozent im primären Sektor, 19,23 Prozent im sekundären Sektor und 64,89 Prozent im terzieren Sektor. Also sieht man hier schon eine deutliche Konzentration auf den terzieren Sektor. Also somit eine Tertiarisierung in der Vergangenheit. Dann auch natürlich interessant, was sind denn so die Hauptexportgüter von Portugal? Zunächst einmal hat man Fahrzeuge mit 12,7 Prozent, Elektronik mit 7,8 Prozent und Maschinen mit 6,5 Prozent. Was sind die Hauptimportgüter? Mineralstoffe mit 11,6 Prozent, Fahrzeuge mit 9,6 Prozent und Elektronik mit ebenfalls 9,6 Prozent. Was ist auch noch interessant zu Portugal? Man konnte sich natürlich auch noch das Wirtschaftssystem angucken. Man hat immer weitreichendere Deregulierungen im Prinzip in der Wirtschaft gesehen, vor allem in der Vergangenheit. Da ist so ein bisschen der Auslöser wahrscheinlich der Beitritt und auch nach dem Beitritt der EG, also der Europäischen Gemeinschaft, im Jahr 1986. Danach gab es eine weitreichende Deregulierung bis heute, sodass man eben versucht hat, möglichst eine liberale Wirtschaft aufzusetzen. Auch noch ein interessanter Fakt ist, dass im 20. Jahrhundert Portugal einer der wichtigsten Lieferanten für Uran war. Heutzutage wird das aber nicht mehr abgebaut, weil es sich einfach wirtschaftlich nicht mehr lohnt, wird es eben heutzutage nicht mehr abgebaut, sondern wenn dann nur noch importiert, beziehungsweise dann eben aus anderen Ländern zugekauft, in denen es abgebaut wird und wo es eben noch wirtschaftlich attraktiv ist. Und dann noch zum Außenhandel, was sind denn die Hauptexportpartner und die Hauptimportpartner? Hauptexportpartner sind einmal Spanien mit 26,7 Prozent, Frankreich mit 13,1 Prozent und Deutschland mit 11 Prozent. Hauptimportpartner sind ebenfalls Spanien mit 32,8 Prozent, Deutschland mit 12,4 Prozent und Frankreich mit 6,7 Prozent. Daraus kann man schon sehen, die Länder, die im Prinzip am meisten Wirtschaft mit Portugal betreiben, sind auf jeden Fall Spanien, Frankreich und Deutschland. Spanien natürlich mit großem Abstand der größte Partner von Portugal. Das war es auch zum kurzen Video über Portugal. Falls du noch zu irgendeinem Thema ein etwas genaueres Video haben willst, schreib das gerne mal in die Kommentare, dann mache ich dazu mal ein Video. Ansonsten sehen wir uns doch gerne in einem meiner neuen Videos wieder. Bis dahin, haut rein und ciao! 법 Vielen Dank.